Also rechten ist schon unmöglich und ich glaube die drachen zu besiegen ist auch schon fast unmöglich wir haben ja gesagt ich versuche bis zum ende dieser aufnahmesession also die seine folge die wir jetzt haben noch mal und dann werden wir ja sehen wie es klappt wenn wir jetzt nicht gleich wieder das spiel verlässt so wie das aussieht wenn ich das spiel jetzt doch wieder verlassen sollte dann breche ich hier die aufnahmesession ab ja scheinbar verlässt mich das spiel gerade wieder stopp naja gut dann sehen wir uns halt bei der nächsten aufnahmesession wieder tut mir leid leute irgendwie will peter die heute gerade nicht oder es ist genauso genervt von diesem kampf wie ich also bis dann ich bin scheinbar doch wieder da auch wenn ja wenn das wieder irgendwie ein bisschen komisch war und so wie es aussieht funktioniert es gerade auch ein bisschen besser wieder jedenfalls hoffe ich das war ja so so und jetzt versuchen wir das ganze spielchen noch mal also ab den da alle gina trinkst stehen da an auf trinkst am besten so ein kann da trinkst den du trägst du dann geht's los und du setzt gleich noch mal einen hinterher von den schweren attacken so paläginer wechsel auf die waffe töte den adragan und alof ist versteinert das ist auch nicht so toll okay das hat mich wohl wahrscheinlich meine zweite chance gekostet durenz kannst du mal alof heilen okay der windstoß komm ruhig hier adra grache deine angriffsbindungen machen wenigstens aus so du hast deine beiden zauberbs getötet sehr schön okay wie heiligt du in sommer alof am besten du nimm wieder deine waffe und hau das geh um ein paar legina okay irgendwie kannst du nichts mehr tolles angriffsbindungen äh ich hätte es nicht sagen sollen au arme edda das war schmerzhaft edda ist fast tot ich glaube edda stimmt okay versuche mal die große heilung box an das heilt fast gar nichts irgendwie ein paar legina leg mal die hand bei ihm auf sonst ist er gleich tot okay wenn wir jetzt direkt auf ihn drauf halten dann macht er das und wir sind alle tot kann ich dich wirklich nicht mehr übernehmen nein und da kommen die hat und truppen okay wisst ihr was versuchen wir den adra drachen nicht mehr zu besiegen bitten wir ihn einfach uns raus zu porten gehen wir in die schwarze und geben ihm den körper es wird sowas von egal ich will einfach nur aus und nu war raus ja der weg nach oben ist lang der aufstieg reizt mich nicht mach dich auf dem weg okay es gibt nur die treppe es gibt keinen anderen weg nach oben die felsen hochklettern genau toll das heißt wir müssen jetzt erstmal eine oder eine etage nach oben weil da ist die haupttreppe wie sie meinen ich bin vier wohl tätig ach wahrscheinlich weil ich ort nur gerettet habe na gut das wird nachher ein spaß das ganze hier zusammen zu schneiden ok adra drache viel zu stark gut die haupttreppe müsste da hinten sein genau stufe 1 wir sind schon mittlerweile hier unten irgendwo auf stufe 4 da ist der versteuerte ort nur stufe 11 war die letzte haupttreppe da guckt da sehen wir das ganze bein bis fast zum fuß runter da ist der kopf und hier oben in kit nur sagen die finger raus ja die haben sich ganz schön viel mühe gegeben den giganten ins adra zu ritzen dann werde ich den adra drachen vielleicht in einem meiner privaten let's plays mal versuchen zu töten wenn ich mir Zeit und Motivation dazu habe wer da ist das blöd wir versuchen das jetzt schon über eine stunde den versuch von der letzten aufnahme session mit gerechnet wir sind wieder oben wir können weg von hier einmal die schwarzaun bitte tja das essen ist jetzt leider futsch geben wir ihr den anhänger und gut ist ach ja und den 1 auf ebene 2 die vergifteten will ich mich auch noch kümmern ich glaube nicht dass wir den retten können aber ich will ihn da nicht ewig im delirium liegen lassen ich werde ihn wohl erlösen ja ja gefolgsmannszeit tag ok so hier oben am galerage rein müsste sie sein die drachenjägerin oder sie hat einen tipp für uns sie sieht aus wie eine suchen wir mal näher ran ne ich dachte schon sie sieht auch so aus wie so ähnlich wie palegina so eine gottes berührte eine frau in glänzender Kenneriss und bewacht den Schrein die kopf nach unten gedanken verloren oder zum gebet die schließe ihres umgangs ist mit dem kopf eines hundes verziert sie blickt auf als du dich näherst ihre ernste müde weiter im schiefen grinsen sei gegrüßt fremder wir sehen hier in letzter zeit die viele reisende ein wacher jammer wer bist du fall an ruhe von der versenkt klinge möglichweise die einzige versenkt die klinge die es doch gibt wer weiß das schon ich verbringe inzwischen mehr zeit damit den schreit zu pflegen als jungdrachen zu jagen was ist mit der versenkt klinge auf sich drachenjäger sie lächelt zynisch zumindest hielten wir uns dafür wir gaben uns die größte müde dafür zu sorgen dass unsere beute dieses stadium nie erreichte wir waren von anfang an ein zusammengewürfelter haufen zunächst beseitigten wir nur hin und wieder einen lindwurmbefall dann begannen wir jungen drachen zu jagen mitglieder kamen und gingen wir verdienen uns ein wenig rum nachdem wir halfen einen ausgewachsenen drachen zu besiegen wir waren glorreich auf unsere weise mein glorreiches chaos doch es war nicht von dauer einige unserer mitglieder schlossen sich den hunden an oder der krallengesellschaft ich machte mich nichts daraus seine tempel zu bündeln oder mich unter hochwohl gewordenen darin zu mischen die glaubten sie seien gallowins auserwählte ich bin damit ich bin zufrieden damit unser maler ganz alleine hoch zu halten was tust du hier draußen mit dem vater der monster einige worte wechseln es ist meist eine recht einseitige unterhaltung sie lächelt leicht ich komme gelegentlich hierher ich versuche den schreien von esten oder ähnlichem frei zu halten bist du hier um deinen respekt zu erweisen den sucher gott zu bitten deine jagd zu segnen ja ich verfolge eine gefährliche beute dann gibt es keinen besseren zeitpunkt ich lasse dich in hohe diese dinge tut man am besten allein wie ich finde das kennen wir lässt sich ihnen dagegen gut jagen man sollte es meinen es hängt davon ab was man jagt hollo die verwandten hausend hier in großen scharen sie leben von wenig von den wenigen bei denen die das gebüsch stolpern die meisten hirsche aber sind weiter gezogen und die wirklich beeindruckende tiere sind bereits getötet worden vielleicht hast du im südosten mehr glück bei den feuerfällen oder in ulmen küste ich habe selbst einen drachen besiegt in zwingsulmen beeindruckend keine leichte tat ist mit einem der alten aufzunehmen der suche gott scheint dir wohl gesund zu sein was tust du hier draußen ich bin ich bin ich hinter hirschen ja du wirst ja auch kaum welche finden die bei dem man kurzen prozess bedienen sie lächelt schwach in den linkeren winkeln des weines kann man furchterregende beute finden die schwarzen sind nicht mehr was sie mal warten wer bist du lebt wohl ok muss ich sie etwa vor selbst angreifen oder was meister der tiefe um die füße des richtigen fand ich die meister der tiefe einen mächtigen alten drachen lange bevor nur viel machte sich dieser drach die große schlucht zu hause ach ich soll sie auf den drachen legen ok auf die handfläche legen ok gut dann speichere ich hier jetzt erst einmal das war jetzt wieder ziemlich chaotische aufnahme session und ziemlich eintönig du bist jetzt lp 34 speichern und dann sehen wir uns gleich wieder hier 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 Vielen Dank.